Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik im Frühjahr. Morgen ist der Black Friday, 27. November 2020 und ja, bin ich natürlich auch dabei. Und zwar mit den ganzen Elektrotechnik-Kursen, welche ich dieses Jahr alles produziert habe. Und da kann ich nur sagen, schaut mal drauf unter www.et5m.de und da gibt es Preisnachlässe um bis zu 30%. Also guckt mal drauf, ganzen Kurse, Grundbegriffe, Grundlagen, Gleichstrom, Wechselstrom, Zeitfunktionen und noch vieles mehr. Drastisch reduziert zum Black Friday sozusagen, dass auch ein bisschen Bildung reduziert ist, damit sich sozusagen vor Weihnachten der eine oder andere sagt, ja, jetzt will ich wirklich über den Weihnachtsfeiertag, über den Lockdown nochmal richtig Gas geben, was zusätzlich noch lernen im Bereich Elektrotechnik. Der kann ja Vollgas geben und wer sonst natürlich sagt, okay, ist Amazon getrieben und, äh, also der Black Friday ist Amazon getrieben, weil ich wollte, da kommt ja alles aus Amerika und bei Black Friday denkt man natürlich sofort an Amazon. Und da kann ich nur noch sagen, wenn ihr irgendwas über Amazon und Black Friday kauft, dann würde ich euch bitten, das wird schon gesagt, für die Leute, die mich unterstützen möchten, die sagen, hey, was du machst hier auf YouTube ist super, möchte mich unterstützen und da kann ich wirklich sagen, das ist eine kostlose Unterstützung. Einfach auf den Link unten drauf drücken und dann irgendwas bestellen, dann bekomme ich sozusagen eine Provision von Amazon für euren Einkaufswagen, wenn ihr habt und kostet auf euch gar nicht mehr und mir bringt so ein bisschen was. Und würde mich halt sehr freuen, dass ich sozusagen das ganze Equipment, was ihr hier im Hintergrund und so weiter seht, alles sozusagen, wie gesagt, kaufen kann von diesen entsprechenden Provisionen. Gut, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, ähm, wünsche euch einen schönen Black Friday und schon mal eine schöne Adventszeit, für die habe ich noch einiges von euch vor. Gibt wieder einen klassischen Adventskalender von mir, wie immer, 24 Türchen und dieses Jahr habe ich was ganz Besonderes vorbereitet und wünsche euch noch viel Spaß dabei. Jetzt kann ich nur noch sagen, hier oben abonnieren, hier geht es schon zu den Elektrotechnik-Kursen und hier unten geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander von Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss!